Ich hab mal das gesehen. Muss ich jetzt hier runter, oder was? Ja, und das Wasser rein, oder? Sag mal. Ich springe hier oben nicht. Alter. Secret 5 out of 5. Oh, ich hab einen goldenen Apfel gefunden. Hier ist das jetzt so für dich. Guck, das Chicken neu. Kfee? Ich hab eine völlig neue Erfahrung für mich. Ey, was wusstest du? Ich hätte dich hier, oder? Aber da unten geht's weiter. Das hast du jetzt nicht angelegt, muss ich einfach sagen. Wenn ich Cobblestone hinmachen könnte, oder so. Schwierig als sowas, ey. Boah, scheiße. Hacker, Norby. Boah. Kann ich nicht so. Kann ich nicht so springen, Han? Hm? Ja, kannst du. Ich telefonier jetzt einfacher. Warte mal kurz, David, bitte. Nein! Oh, sowas Dummes, ey. Stoß ich da oben dran. Ich hab sowas. Ja. Anti-Stoß-Mod wär gut, ey. Obwohl es mich nicht gespringt hat. Boah auf! Was hab ich denn gemacht? Boah auf! Wie hat er von dem Block hier rumhüpfen, ey? Aua! Geheiße. Sag mal. Ja, ja, ja. Jetzt fehlen mich, weil ich hier hoch brauchst, ne? Was machst du da? Oh. Oh, David. Was? Was ist jetzt? Cheater-Bengel, ey. Geh mal auf deine Linse, hier wird gefilmt. Ja, ich mein, wenn man... Was stand in der Regel, dass man sich was craften darf? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall darfst du keine Blöcke placen. Ja, aber wenn ich Spinnenweben abbaue und dann mir daraus Walletcraft... Nein, und? Dann? Das ist ein Wallblock. Dann lasst du die einfach so plötzlich zufällig da vorne fallen. Oh. Sag mal, warum schaff ich da einfach den Sprung her nicht mehr, ey? Warum schaff ich den Sprung her nicht mehr? Ah! Ich muss aber auf die Laterne springen. Ich schaff keinen Vierersprung mehr. Ich bin dran. Das war doch mal da, weil ich mich mal hinten anbieter. Ey, ich muss das Schiff halten im Sprung schon. Hast du's? Ja. Schade noch auf mich, Felix. Ich hab nicht bis Ultimo Zeit. Hast du Rottenflasch, alles? Hä? Hast du noch Rottenflasch? Ob ich noch eins hab? Ne. Ja. Oh, ich drück mich mal wieder nicht weg, ey. Ja, dann lauf doch. David, der Profispringer im Taliban-Kostüm, ey. Nimm mal wieder deinen gelben Reiß, Mann. Ich finde ihn nicht mehr. Mit dem Skin kann ich dir ganz einfach... Du, der hast das so einfach neu gemacht. Kannst du dir auch jede andere Farbe... Lass mal so ein Senfgelb, ne. Nein. Oh, jetzt bin ich runtergefallen, ey. Ich bin schon ein Senfgelb. Nichts Besseres. Oh, Fail. Ey, wir hätten aber komplett hochspringen müssen überall und da ist kein Checkpoint dabei. Ja, du musst hier die ganzen um den kompletten Kreis springen. Oh, nee, ey. Ja, da ist ganz auf der anderen Seite ist, ähm... Ist die Leiter nach oben. Ey, der wird ja jetzt mit einem anderen dummen Block drangestoßen. Ich fass es nicht. Das ist assig bitter, wenn man hier runterfällt, ey. Ja, Colin, dann fang bitte von vorne an. Ja, mach ich doch. Nein, ich... Ich will jetzt auch außen rumlaufen, wieder von vorne anfangen zu können. Ich schreibe mir jetzt eine Nachricht, ey. Oh, ey. Ich habe hier einfach einen Sprung nicht mehr. Ey, ich bin beim... Ich habe vorletzten Sprung runtergefallen. Ich habe es bis hier oben geschafft, aber irgendwie ist hier kein Checkpoint. Wo seid denn ihr? Auf dem Weg. Wo ist denn der Fahrt unter der Hinsieger? Ah. Er kann man echt in Rage gewahren. So, Nett. Hier hoch, wo ich bin. Ey. Ich dig noch hoch. Oh, nee. Guck mal, wenn du jetzt hier runterfällst, dann musst du es alles nochmal machen, ey. Fucking Handy, Alter. Nächstes sind ja keine Vierer-Sprünge. Ja, toll. Jetzt bin ich hier auf diesem Plateau. Was soll ich jetzt machen? Ja, guck. Sag ich doch. Ach so, ja, Hann. Ich kann auch so ein vorheriges Ding springen. Nein, ich bin nicht gespründet. Hä, Felix, wie? Du musst einfach auch so ein Ding unten halt wieder springen. Du bist halt an einer ungünstigten Stelle. Ich kann hier einfach irgendwie komplett wieder zurückspringen. Guck. Oh, das ist dumm gemacht, ey. Da hab ich echt keinen Bock drauf. Da hab ich ja noch morgen früher. Soll ich da ein Checkpoint hinmachen? Für den oberen Ring? Nein, jetzt bin ich hier runtergerutscht. Oh Gott, bin ich dumm. Felix, kann mal für den oberen Ring Checkpoint machen? Weil ich hab keine Lust, das alles nochmal zu machen. Er muss wohl oder übel. Oh, das ist doch auch so dumm. Fuck! Besser ist zu tun, nicht wahr? Ich schaff diesen Caller-Jump nicht. Du kannst auch A und D benutzen, David. Dann gehen die meistens viel einfacher. Ohne Sprintet mal wieder nicht. Oh, ist das dumm. Ey, das soll man nochmal machen, muss es total dumm. Oh, ich bin jetzt auch da Caller, wo du bist. Das ist ein Niedereck im Corner, Felix. Aber der Hehl ist einfacher. Oh, Mann! Ich schaffst ja gleich, ich schaffst. Hannes, lauf halt auf den Zaun bis zum Letzten hier. Push lever and jump in the hole, Note, be quick. Warte, warte auf uns. Auf mich zumindest. Ich brauche auch noch ein bisschen. Bist du dem da hin? Ja, oder so. Ich schaff diesen dummen Sprung nicht. Soll ich dir von oben Beistand geben? Oh, oh, oh. Definitiv schwer. Was du, Tastmus jetzt drücken? Du springst 45 Grad raus und drückst dann einfach A. Jetzt bin ich ganz untergefallen. Das ist bedauerlich. Jawohl. Mit dir, 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 dir. Jore, jore. Pusher? Aber nicht sprinten, gell? Beim Crawl-Hand-Sharm. Nicht? Nee. Brauchen wir nicht. Du musst mir so Kameragleichsinn machen. Ich muss hier mit so einem Minecarten langfahren. Oh. Oh. Du bist hier schlecht. Brauchst du irgendeinen Block? Da, ich geh dir mal in der Erde. Wo ist du, David? Ja. Ja, ja, ja. Los, los, los. Ja. Akrimahasch. Rumpfens. Oh. Du warst, ich bin gerade nach vorne springen. Du, ich bis oben hin. Weißt du, ich soll es noch? Ich probiere es einfach nochmal. Du trägst Kalkain, ich trage Pusher. Alles, gell mir bitte nochmal einen Block. Ja, wieso, ich hab dir noch einen Erdblock gegeben. Ja, aber den hab ich schon nach unten hingesetzt. Achso, brauchst du nochmal einen. Hier bin ich. Wo? Hier. Hier. Ah. Ein dummen Fisch brauche ich nicht. Doch. Lieb mir, lieb mir. Weh, du schubst mich jetzt hinten rein, ey. Dann. Das heißt, ich dumm. Dannst du mal mit dem Walzer hier? Ich komme. Ich bin dumm. Oh, ja, du Bado, ey. Ich hab noch ein paar Partygäser eingeladen. Oh, ja, du bist ein paar Partygäser. Ey, stumm. Wenn er tot ist. Ne, erlebe ich noch nicht. Oh, ja, ja, erlebe ich noch nicht. Jetzt hast du dir noch gut gemacht. Ich glaube, ich hab doch den Kürbis gegeben. Hast du nicht in den Korner eingebaut? Doch. Was machst du jetzt da unten? Wie ein Erdblock abbaut, dass er wieder einen Block hat, ey. Oh, Gott. Die hat mir starrt. Ich will meinen Kack einfach. Gelb wird einfach, yo. David weiß, wie man folgen strengt, ey. Jede Folge wird gestreckt. Lass da mal an. Ich will dich in den Arsch filmen. Na, der ist ja schon. Bisschen spitze. Aha. Oh shit, oh shit. Oh shit. Pusha? David, du darfst drücken. Juhu. Ist das Loch drin? Oh, ich habe die Brücke. Pfff. Was hat explodiert? Oh, ich komme einfach runter, ey. Ich bin da unten. Du, hast es gelesen, danke für das Spiel. Ach, das ist gleich blöd. Map bei Miki. Leave a comment on the forum thread, if you like the map. Irgendwie ist man hier aber nicht wirklich rausgekommen, oder? Ich bin immer noch in so einem komischen Loch. Ja geil, jetzt sind voll die Gangsterbosse irgendwie. Voll die Mafia. Aber ich fand die letzte Map, die war eigentlich gut, oder? Ja, war gut. Nicht zu hart. Nicht zu einfach. Ein paar Hardbesprünge waren dabei, aber die kann man verkraften. Du willst dann umbringen, Junge! Junge! Wir werden alle sterben! Nein! Damit nicht. Tschüss! Ciao. Oh, ich war in dem Gefängnis wieder, ey. Mit diesem grönen Bett, ey. Warte, lass mich mal kurz die Diaporten, warte mal. Ja, ich mach ihn mal kurz die Diaporten. Aber ich glaub, das soll ein Sput sein. Ich mach ihn mal kurz die Diaporten. Aber ich glaub, das soll ein Sput sein. Oh, ich glaub, das soll ein Sput sein. Hallo.